So, Sima, ich krieg heute Conros mit Braids hinten. Hast du die rausgesucht? Zeig mal von hinten, wie das mit dir aussehen, deine haare, deine coole Haare. Yeah! So, Sima, ich habe ihre Versur schon bekommen, das sieht sie aus. Schöne Farben. Gefällt es dir auch? Ja. Habt viel Spaß, gell? So, Sima!